hallo und herzlich willkommen heute bei einer weiteren der büste von super mario zu lieber mit den beiden wir sind hier in der heißen wüste und es wird schon ein wenig herbst draußen wo wir haben herbst draußen obwohl ich wachs war ich mag es auch lieber warm so wie sie ja immer noch fleißig am sterne sammeln und die letzte welt freischalten sie haben es wäre genau gesagt genau 9 oder ist die herren wir brauchen am stadt am stadt diese kleinen süßen arme ist nicht ich weiß ich kann nicht daran ersprennen soll ich mal versuchen viel spaß nicht wissen dass ich da war das sind aber ist ich sehe ich auch die ganze zeit hoch die eine super die schien das du glaubst du auch die tatschen gar nicht einigkeitscheid einigkeitscheid das zum Beispiel nah hat ich hatte weiß noch wie der Weitsprung geht klugtaste gedrückt und rennen und springen interessant ist das war sehr interessant du warst mich drauf bist ja das war auch sehr interessant du hast eine rolle dazu gemacht untergegen wir sind hier wohl ich bin gerade dabei ich hab diesen trick vorhin geschafft aber ich bin nicht zu nahm du weißt auch dass du den machen kannst brennen und dann brennst aber auch nicht nur alles was da ist was das bekommen aber überleiter mit auf springen die stämpel wo ist es hier wieder der wäge das tod ist so bogenrad rennen die 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 zeit die alter später was sollen wir denn da wieder machen? Wissen dieser scheiß Stern? Das ist Gott, nun muss ich sie auf einer... Geh mal rein. Guck mal noch mal hinterher. Den Stern? Wir haben den schon verpasst. Wir haben den schon verpasst. Ich sehe schon, das wird so ein Level, wo wir den nicht finden werden. Das heißt, irgendwo muss es noch einen Geheimgang geben. Zeit wird eh gleich ausgehen. Deswegen renne ich mal ein bisschen. Ich glaube... Ne, 18 Sekunden. 9. Nein, da sterben wir. Gleich sterben wir. Ich sterbe vorher. Yay, Zeit abgelaufen. Ich sterbe mal eine Sekunde vorher. Und wir sind sogar Game-Over-Gigant. Sauber. Super! Guck mal ein schönes Level ausgesucht. Ja, ich hasse Wüstenlevel. Und unter Wasserlevel sind genauso schlimm. Genauso schlimm, ja, hast recht. Guck mal, nachher andere Land. Guck mal. Der Sumpf der Kriech Pyranäers. Guck mal. Letzter, letzter Stern. Guck mal. 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 número nahm. Guck mal. Was tips ist es? PS? in dieser Linie damit die Bildung für dieses Böses etwas ich bin unter Wasser das ne ne den haben wir schon ah te das unter Wasser weh weh lustig böse Viecher böse Viecher geiles böse Viecher hier mach den Blatt wenn der Mario Kammerjäger es will es ist fristig ach kacke ich hab noch geblinkt ich hab den stampfartner es will es fristig und mich hat es gefressen Böse ich glaube beide sterne jetzt müssen wir ausschauen jetzt kommt irgendwo ein Stern oh damit rumrennen nicht in so einem frei ach der kack wir müssen die einsammeln hab ihn die Mies das sind viel die Mies mag ich nicht scheiß auf die Mies ich denke ich bin die Alter du bist doch kein Mies du bist eine du bist eine wir müssen das jetzt nochmal machen den Quatsch weil ich in den scheiß Sumpf geballen bin da Achtung kurz Pflanzi äh wer läuft natürlich rein ich bereichte so ein tolles Äten jetzt kommt jetzt kommt aus Pflanzi der verdammt ist Pflanzi hat Pflanzi Pflanzi möchte essen Pflanzi möchte ganz viele Leute essen Pflanzi hat mich auch gegessen Pflanzi hat mich auch gegessen durch diesen grünen Sternenring oder dann sammeln wir ganz schnell diese 8 Münzen an ja dann geht mich nicht anstecken du kannst aber nochmal oder rüber und go web web ok da drüben auf die Plätze fertig jetzt möglichst am ziel kommen nicht zum nicht in den sumpf nicht in den sumpf nicht in den sumpf nicht in den sumpf ich bleib am lieben ich habe auch du lebst auch noch ist das ne scheiße kackspiel Arschloch immer so dieser kacki am ende mit dem sumpf ja verpiss dich du dumme Pflanze aber das schaffe macht Toppflanze des Todes ein Geschenk geschenk na mit einem geschenk ich will auch ein geschenk du kostet na vorher blöde danke ich will auch ein ich hab noch einen doch es gibt noch mal einen ich muss doch fragen ja das kannst du mal dabei ach das war noch einer drüben die mich die post durch das loch und jetzt das gleiche spiel wie vorhin noch mal also wir schnappen uns das verabschiedern darüber und das ist nur ein pilz schön da war die kleine ich bin nicht klein das ganze noch mal in die lava ich sag's das verrückt nicht so oben so wenn du die einigst dann wir die anderen ein und jetzt mit ganz viel gefühl 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 und ziehe du böse Biene und ich krieg Achtung spring was Mami 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 ich mag nicht mehr ich will jetzt ich bin schon vor ist das ne scheiße ich bin schon vor ich bin schon ein stern hier bei ein partner ein sterne und dann steigt auf zehn weitere part tendenz halber stern steigend war ja fertig das war jetzt ein sehr sportlicher erster part ich werde noch direkt hochladen man hat nämlich heute noch was zu sehen deshalb leute schaltet gleich wieder ein jetzt heißt super machen wir die welt mit uns beiden genau sie ja